Mobil TV 22, das Autohaus Strasser in St. Gertraudi und wir haben den Gebraucht- und Neuwagenverkäufer, den Patrick Dattarotti. Bei uns da Patrick. Es gibt nicht nur Neufahrzeuge bei euch hier im Haus, sondern auch wunderschöne Gebrauchte. Ganz genau. Wir stehen jetzt gerade unter unserem Flugdach, wo meistens die hochpreisigen und die Audi stehen. Man sieht, wir haben vom RS3 über den Q4, Q5, hinten steht der Audi A8 auch. Also wir haben ganz viel Auswahl an gebrauchten Audi-Fahrzeugen. Natürlich zusätzlich zu unseren Cupra, VW, VW-Nutzfahrzeugen, Seat und natürlich dann auch noch ein paar Skoda-Fahrzeuge, was wir im Gebraucht- und Neuwagenbereich haben. Ja, gebraucht, Vorführfahrzeuge und Neuwegen bei der Firma Das Autohaus Strasser. Und wie viel ist es so gebraucht? Ich habe Sie ja so über das ganze Jahr. Das kommt immer auf die Jahreszeit drauf an. Im Frühjahr ist es meistens ein bisschen mehr und da sind wir dann so zwischen um die 150 bis 200 Autos. Also für jeden, was dabei ist, kommt vorbei bei der Firma Das Autohaus Strasser hier in St. Gertraudi auf der Bundesstraße. Der Patrick wird euch durch die Gebrauchtwagen führen oder einen Neuwagen. Patrick, danke dir, vieles Gute und viel Erfolg für den Verkauf. Dankeschön. Diesen Bericht präsentierte euch Das Autohaus Strasser in St. Gertraudi. Bis zum nächsten Mal.